Du öffnest jetzt hier dieses, dieses Ding da. Geil, ne? Das wusste ich alles gleich, das ist ja voll cool. Ja, guck mal, jetzt können wir verzaubern gehen. Ahaha, Alter. Oh yeah! Das ist voll die coole Route. Ich liebe dich. Ja, ne? Ähm. Da vorne ist wieder einer. Hallo Leute und willkommen zu einer Runde. Und da hinten hinter mir sieht man rechts, neben Einhorn-Pups, ein YouTuber. Oh ja. Einhorn-Pups. Und zwar rufen Andreas. Lauf, äh, what the fuck? Okay, ja, ich will Eisenschwert mich dir zeigen. Lauf rückwärts, 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 mein Freund. Ach guck mal, der It's Notizblatt. Xx läuft da auch schon hin, guck mal. X-Notizblatt. Ja, erst mal, hallo, hallo, willkommen meine Linke Show. Hallo, Linke Show. Heute sind wir mal wieder am Start mit einem anderen YouTuber. Heute mal wieder mit Andy, hat Andy Moore am Start. Kauf die T-Shirts. Yeah. Immer wenn wir ne Aufnahme machen, müsst ihr das Andy Moore Shirt anhaben, weil das gibt uns Power. Ja, guck mal, jetzt läuft hier links rein, links reinlaufen, links reinlaufen, hier reinlaufen. Ja, geil. Hier hin. Und das ist die untere von... Alter. Die untere, die untere Dingens. Die untere davon. Geil. Ey, vielen Dank. Endlich weiß ich das. Wo gehen wir jetzt lang? Und jetzt gehen wir nämlich hier wieder raus und gehen dann nämlich hier hoch. Weil da oben hast du ziemlich krassen OP-Stuff. Du hast da richtig viel Stuff. Da gehst du eigentlich mindestens voll Iron raus. Wenn nicht, dann Diamant. Dann Diamant. Ja. Echt, ist das so krass hier oben? Das ist richtig krass hier oben, pass auf. Fechst du das. Guck mal, die ganzen Truhen hier oben, wenn die alle fertig geblüht hast, dann bist du reich. Okay, da wahrscheinlich gerade nicht so wirklich, aber hier drin im Flüttel sind auch noch zwei Truhen. Ich hab nen Diamant. Ich hab nen Goldapfel, ich hab ne Eisenhose, Steinschwert. Ich hab nen Dia-Axt für dich. Ich hab ne Steinschwert, ich hab irgendwie auch noch... Ja, nen Level hab ich auch schon voll. Ja, war jetzt nicht so geil, ne? Ja, da, da, hier, da, hier. Okay, aua, aua, ja. Nimm sie, okay. Dankeschön. Dann kannst du jetzt hier runter, pass mal auf, musst ein bisschen schillig unter der Laufen. Okay, nicht so, genau. Da war eine. Ja, da war eine. Okay, auch nicht bekommen. Nee, du bist vielleicht still. Egal. Ja. Und jetzt, gehen wir nämlich wieder raus. Habe ich ne Hose? Nein, ich hab keine Hose, Mann. Ich hab ne Hose für dich. Da kommen zwei Pilz, Alter. Ja, oh, oh, ja, ich lauf mal erstmal raus. Da ist ein bisschen... Oh, du fragt die Beine. Bin gleich schon tot. Weil ich keinen Hanisch habe. Hast du nen Hanisch an? Gib mal kurz den Gold. Okay, alles klar, du regelst schon. Ja, ich hab nämlich keinen Hanisch an. Ich hab zwei Gold ab, ne? Deswegen, äh... Komm mit mir. Hast du nen Hanisch für mich, ja, ne? Ja. Musst du, musst du, musst du haben. Ich hab auch nen Helm für dich. Äh, okay, alles klar. Komm mit mir. Nochmal ein kleines Secret auf dieser Route hier, auf dieser Map hier. Und zwar gehst du jetzt hier rechts rein. Ja, ja, ja. Hier so? Ja, ja. Und öffnest gleich einmal... Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt, Mann. Du öffnest jetzt hier dieses Ding da. Geil, ne? Ey, das wusste ich alles gleich. Das ist ja voll cool. Ja, guck mal, jetzt können wir verzaubern gehen. Ahaha, Alter. Oh yeah! Das ist voll die coole Route hier. Ich liebe dich. Ja, ne? Vor allem ist wieder einer. Hab ich nen Hanisch? Ja, ich bin dabei nen Hanisch. Find ich gut. Ja, ich wünsch mir den auch is mir snacken. Nein, Spaß. Ja, warte mal. Ist das ein Team? Ne, ne? Aber der will nen Turnhaut ansetzen. Pass auf. Oder doch nicht. Der wird einfach nur scheiße im Laufen. Ja, ja. Ja, is. Okay, sind die kein Team, ne? Die kämpfen auch. Okay, gut. Okay, erst gut. Ey, du klaust mir meinen Kill erst wieder. Entschuldigung, ich baue nen Eisenhanisch. Warte mal. Du auch? Achso, dann hol du dir den, ja. Oh, hab ich geholt. Hier für dich der Eisenhanisch. Nein, da ist noch einer. Okay, dann nehm ich mal nen Eisenhanisch. Absprache gut bei uns. So, Momento. Danke, dass ihr nie gewusst hier. Hier für dich ein Eisenschwert schenke ich dir. Dankeschön. Viel Spaß damit und gute Besserung. Gibt's das auch von Ratiofarben? Nö, leider nein. Nein? Na, schade. Verzeih mir mal kurz. Ich halte mal kurz die Waffe hier. Hast du nen Diamant? Äh, nein. Ja, schade. Aber nen Lederhelm. Da ist nen Typ. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Ja, da kommt nicht mal in die Mitte. Oh, Rückstoß auf mein, äh, äh, Schwert bekommen. Ja toll. Na toll. Ja, ist alles safe hier erstmal, ich wart hier ein bisschen, ne? Geil, hier willst du vielleicht noch ein Eisenschwert mit Bann? Hier, bitte. Nee, danke, ich hab schon genug, ich hol mal so ein eigenes Eisenschwert mit Schärfe natürlich. Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hab noch ein Dierschwert mit Haltbarkeit jetzt hier, äh, Rückstufe meine ich. Hier unten geht's auch noch irgendwie rein, hier unten ist was cool, ich weiß noch nicht genau, was hier unten ist. Ich trau mich da nicht rein. Wir gehen mal reingucken, du gehst doch gerne in tiefe Löcher rein oder nicht. Ja, klar. Warte mal, warte mal, geht's hier irgendwo lang? Ne, guck mal. Ich fand ich so richtig cool, dass du mir so richtig hart ko- wow. Lol, ok, kenn ich nicht. Guck dir mal in die Truhe, guck mal in die Truhe rein. Ja, warum nicht? GG, was los? And a special thanks to Viga, Viga HD. Ja, geiler Stuff hier unten drin, hammer nice, kann ich selber noch nicht. Ich hab auch brand new von mir. So, so Final Games Map, VSG 1 plus 2 plus 3 was inspirated by Vareide. Wer ist denn Vareide? Keine Ahnung, ich glaub die haben halt irgendwelche Maps gebaut. Ach, Vareide? Äh, was? Ein guter Reiter wahrscheinlich. Ja, Vareiter. Ähm, worum wir jetzt eigentlich, ich hab keinen Kompass, so. Kein Körper sich auch nicht. Äh, ja. Dann... So, rennen wir im Kreis, umschreien, wir werden alle sterben. Wir riechen dir. Hast du ein paar Pfeile für mich? Ich habe genau hier ein paar Pfeile für dich, da liegen sie. On the way. Geil, weil ich hab noch einen Stärke-1-Bogen, Digga. Ja, nö. Warum auch nicht? Damit werden wir... Lass mal bei Brücke gucken, weil es dann rennen die. Ja genau, da war noch irgendwo Ryan. Ryanair war ja auch noch irgendwo. Ryanair, ne? Ja, Ryanair. Passt auf, dass ihr keine German Wings gucken. Ja, ich hab den Essendien-Volle gegeben gehabt mit Ryanair. Ich dachte, du wartet, bis du den German Wings nicht springst. Ja, 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 ja. Ist es dafür noch zu früh, irgendwelche Wände zu machen? Äh, ja, natürlich, aber... Oh, Mann, oh. Egal. Man versteht es. Das war auch in dem Falle nicht böse gemeint, Leute. Nein, nein. Es ging allgemein um die politische Situation im Flugzeug. Äh, ne? So. Genau. Und bam, es geht ins Wasser. Flieg! Boah, du bist echt geflogen. Sorry. Sorry. Tut mich very sorry. Nichts von mir dafür. Einen Daumen runter. Ja, dankeschön. Wenn auch ihr Anyart einen Daumen runter geben wollt, dann geht drauf sein Kanal. Best Werbung. Aber vorher bitte den Bildschirm umdrehen, ja? Dankeschön. Tschüss. Nein, wir haben wirklich bei Anyart, äh, PHD, ähm... TV. TV, HD, LP, ähm... Wir haben SG aufgenommen bei dir. Ja. Für dich. Ja, die waren auch... Gute Runden. Ganz, ganz tolle Runden waren dabei. Wirklich. Ungelogen. Das waren die besten Runden, Alter. Da ist einer. Die besten Leute mit dem besten Teampartner. Und zwar Mr. Moor. Mr. Irgendwas. Er ist da reingerannt und denkt sich so, die haben mich sicher nicht gesehen. Dass ich mich hier drinnen versteckt hat. Bestimmt nicht. Darf ich abstauben? Ja, ne? Äh, ja natürlich darf ich abstauben. Aua. What the fuck? Du bist einfach mal hart. Mit deinem verzauberten Dierschwert, oder wie? Ja. Ich war halt so sauer. Hab ich genau gesehen. So, dies mit schon. Ach guck mal, ein Hornpux liegt auch noch und Ryan HD. Also die Ryanair lebt ja schon ein bisschen länger. Ja. Okay. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Na, verzaubern, oder wie? Aha, so. Okay. So. Ja, alles safe hier in der Mitte erstmal. Ja, geht doch. Was hast du auf deinem, was hast du auf deinem Schwert? Äh, Eisenschwert mit Schärfe. Also ein besseres Diamantschwert. Ach so. Also ein Obsidian-Schwert quasi. Ich hab jetzt nämlich ein Schärfe-1-Dierschwert und ich hab noch ein Rückstoß-Schwert. Willst du das auch? Äh, ja, 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 ja. Warum nicht? Schnell! Bevor es geht. Na, schnell! Ah, gerade so. So, ähm, darf ich die machen, bitte, bitte, bitte. Ja, mach du die bitte, 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 bitte. Aber der Ryanair, ganz gut. One-Hit. One-Hit. Okay, One-Hit war der. Bam! Oh, auch ein One-Hit. Okay! Wir sind unsterblich! Was? Was? Das ist doch eine Scheiße gerade. Wir one-hitten die Leute einfach so stark. Ja, ne? Mit unseren Hacks, ey. Aber richtig. Na, komm mal auf die Leute zu wollen hinten, das nervt richtig. So, hast du noch einen Gold-Apfel? Ich hab noch einen Gold-Apfel. Ja gut, dann lass mal kämpfen jetzt, go. Soll ich den nehmen? Aber schärfe drauf, ne? Ja, nimm den halt. Ist mir egal, ich mach dich eh platt. Ja, ich hab immer... Ne, okay, so, bereit? Ja, ready to... Oh Gott, ja, bitte. Ich hab mich manchmal Pfeile, ja. GG. Ja, GG, AP, VP... Lies mich nicht, lies mich nicht! Yo. Yo. Ach, come on. Jetzt machst du so einen kleinen Spammer oder wie? Ja, klar. Wir machen dir 500 Schaden wahrscheinlich. Machen wir richtig Schaden. Aber gut. Hier kann man natürlich sehr schön rumlaufen. Ja, umdrehen, merk ich schon, ne? Ich bin nicht doof. Doch. Oh nein, ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du hin? Hilfe, Hilfe! Scheiße! Na, kommst du an, okay. Nein, hier wird einer weggeworfen! Oh, nein! Fuck, ich hab einfach meine Angel weg. Okay. Dari ist offline, okay. Du machst Spinnen Cupwrap-Style? Nein! Nein, never ever! Oh, oh. What the fuck? Schade, ich dachte, du rennst da vielleicht irgendwie rein, weil du verwirrt bist oder so. Okay, du wirst kein hartes nicht. Das war voll der hämel Kampf jetzt. Ja, weil du halt deine scheiß Pfeile hast. Oh, hier ist Cupwrap? Ja, willst du irgendwie regenerieren oder? Nee, pass schon. Töte mich einfach. Wenn du das kannst, muss ich erst mal töten müssen können. Kann ja auch hier einfach immer Spam. Das sind die richtig ekelhaften Leute, ne? Die wirklich, oh oh. Das war ja vor dir gesetzt. What the fuck? Ne, ne. Ne, ne, boah, der macht aber ordentlich Schaden, ne? Der Stärkebogen. Ey, du renn doch nicht weg. Ja, ich hab zwei Herzen. Okay, komm, wir kämpfen jetzt. Nein, doch renn doch weg, renn weg. Nein, wir kämpfen jetzt. Uah! Uah! Ich bin gut! Wie du swamst! Nicht mehr aufladen den Schuss, ja klar. Ne, ne. Du triffst mich ja nicht mehr. Oh ja! Schade. Halbes Herz. Ich dachte, wir sind vielleicht beide in die Luft oder so. Das wäre eigentlich lustig gewesen, ja? Ja. Das wäre echt funny. Funny fresh wär das. Funny fresh. Oh, schüppst jetzt. Die machen wir geil. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Das war auch schon die Runde. Es geht tatsächlich. Ja. Das war es schon, wirklich. Schon vorbei, die Runde. Das war die beste, geilste Runde ever, die wir je gespielt haben. Ever, never, ever, never, never, never. Never, ever, get in the back together. Bis zur nächsten Folge und guckt bei Annie Schwuchtel vorbei. Ja. Nee, warte, 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 warte. War das Annie, 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 Noob, Annie, Noob, Wichser oder so? Was hast du immer gesagt? Annie, Annie, Noob, keine Ahnung, so viele Beleidungen hintereinander, keine Ahnung. Ja, ne? Dankeschön dafür nochmal. Dankeschön. Du bist ein össiger Noopy, Alter. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne nochmal. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. 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 anner Tschüss. yourselves. Tschüss. Tres. 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 Tres.